So, lass uns mal Stück für Stück hochgehen, weil die kommen so in Wellen, hab ich langsam das Gefühl. Alter, wir müssen die mit der Sniper als erstes ausschalten. Ja, ich rutsche. Da kommt noch Sniper-Money. Ah, da ist der nächste Und jetzt kommt auch gleich der mit dem Auto Mit dem Schneemobil hier Ah, da, ich sehe ihn Hab ihn erwischt Ja, und auf dem Ding können wir auch zu zweit fahren Na klar Er hat mir vorbeigelobt So, da ist noch Schneesturm Man kann kurz stehen bleiben Er kommt dann, geht gleich vorbei Munition für mich So Kannst du da mit drauf, kannst du mal gucken Scheint nicht so Da ist das Teil So, jetzt brauchen wir nur noch den von da hinten Hier ist die Brücke Hinter dir Alter Aua Aber wie können die im Dunkeln Ich hab ein Problem gefunden Kommen Kommen Wo bist du? Hier, da Wo? In diesen Schneemobil Äh, Schneemobil sei schon Alter Ich vermisse eine Shotgun Nimm den Teil da drinne Auf dem Sitz Alter Alter Ich geb dir gleich Hubei, Alter Hubei? Er hat die Laber nehmen Das sind die Bullshit, Alter Schönes Ding So Äh, wo ist mein Schneemobil hin? Keine Ahnung Ich will vorsteigen, wir gehen über die Brücke Hier stehen, hier stehen zwei Schneemobile Kannst du auch eins fahren Bei mir ist hier keins Ach da Guck mal, wie ich mit dem Ding auch über die Brücke komme Ich kann mit dem Ding sogar über die Brücke fahren Okay Aber hier ist ein Zaun, da müssen wir runter Fahr mich nicht um Okay, epischer Absprung Ah, und schon wieder so ein übelster Schneesturm hier Ich seh nichts Alter Siehst du den hier nicht? Doch, ich hab den gesehen Aber wir können den ersten Attacken, wenn der frei ist So, jetzt haben wir alle drei Wochen wir jetzt hin Wir müssen jetzt in Dieses eine Haus, was wir am Anfang gesehen haben Oh oh Erreichen sie die Hütte Ich ahne schon, wie wir da hinkommen Dann müssen wir mit an die Leiter bestimmt drauf, wo du warst Hier ist noch ein Koffer Mit Lenkgranaten Mit Lenkgranaten Ich hab keinen Platz Mit Lenkgranaten Wir können uns auch hier Ich schnapp mir das tolle Schneemobil wieder Oh, ich laufe Vielleicht finde ich noch was interessantes Ich hätte die hätten noch anzeigen können, dass der Partner auf dieser Karte angezeigt wird Ja, das hätten sie aber auch noch machen können Damit man sich schneller wiederfindet Aber vielleicht kommt das noch durch ein Patch oder sowas Jetzt sind wir bestimmt nicht die einzigen, die das besser finden Mein Schneemobil hängt fest So, eine kostenlose Rutschpartie bitte Ey, ich wollte rutschen, jetzt bin ich auf Eis Yeah Was ist denn? Da hinten? Ui Oh, ich bin unten Ich komm jetzt auch Fehlt nur noch die werte Dame Die werte Dame rutscht gerade Ja Aber bitte wie eine Lady, nicht die Beine dabei freilassen Da ging in den Stein gerutscht Oh, ich vermute mal, dass sie hier lang geht Ja, hier rechts war noch, äh Also, ja, weil Jake und Sherry Das Szenario, ihr habt da kaum Plan von Also das ist das, woran ich mich am wenigsten erinnere So Ich weiß nur, dass man hier in einer Stelle nicht runterrutschen darf Und das ist mal wieder am Anfang Ja, hier Ja, die meine ich Da müssen wir gar nicht langen Sicher müssen wir da langen Ne, hier geht's doch weiter Oder nicht? Ah ne Hier liegen Kräuter und alles auf dem Weg, wenn ihr hier runterrutscht Echt? Ja Ja Also immer viel drücken Wenn du da runterrutscht Wo ich gerade runtergerutscht bin Ja, ich kann das nicht aufheben, mein Eventar ist voll Mohoin So, wie kommen wir jetzt zur Hüte? Man kann ja da hochklettern, weiß er nicht Ne, 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 ne Ey, das mit den Leitern ist aber mächtig Boah Und ich seh wieder gar nichts Ich auch nicht Na, da kommen wir auch nicht rüber, ne Ey, dann müssen wir von der anderen Seite irgendwie Boah, also doch wieder andersrum Sache, ey, mein Ah Ich hasse dieses Kapitel Pass auf, jetzt müssen wir wieder nach oben, wo die Schneemobile waren Boah Das wär, ach nee Ich glaub, wir müssen gleich links lang Ja In die Ecke Seh's schon Hoffentlich, ey Sieht gut aus Bitte, 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 bitte Hier an so einem Funkmasten vorbei oder sowas Hauptsache, wir müssen hier nochmal so übelste Strecke laufen Wann hast du mich denn überholt? Ich bin an dir vorbeigelaufen So, hier steht wieder so eine komische Statue, die gerade auseinanderbricht Ist da da was fallen? Ah Ach, und jetzt können wir rein Ja, nicht mit dem Arsch abfrieren Ein bisschen Einer 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 Wir befinden euch auch noch ein bisschen Wann Ich hole Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, warte! Na, war das schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast super Kräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch, so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht. Apropos schlechte Chancen. Wir haben unerwünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Ja, verteidigen. Ja, ich wollte gar keinen Fernzünder platzieren. Was war denn die Scheiße? Irgendwie ändert mich, dass man Resident Evil 5.4 Noch am Wesen? Ja, genau, sicher. Ach, okay. Ich muss mich doch gerade etwas konzentrieren. Ah. Boah, jetzt kraft er mich hier an. Fick. Ich bin da. Ich brauchte nur gerade meine ganze Konzentration auf das Spiel. Jawoll. Ich muss jetzt keinen Fernsehner platzieren. Die schon. Alter, die kommen hier von überall. Ich bin fast down. Scheiße. Danke schön. Ah, die müssen zu den Schneepobilen. Und das glaube ich schnell. Lawine. Alter, ich komme nicht drauf. Ah, jetzt. Ich fahre recht. Ich glaube, scheißegal jetzt. Hauptsache, wie kommen wir lebend raus, Alter? Nicht aufgeben, wir schaffen es nicht. Ja. Ja. Scheiße, ich hab' ich schon. Ich meine, das ist irgendwie langsamer. Ja. Nicht aufgeben. Wir schaffen das. Da langen, glaube ich, überträglich Punkte. Ich hasse sie nicht. Danke, sehr tröstlich. Harzabt nach rechts. Bin dabei. Ja. Wuuuuiiii Irgendwie hebt er die Sachen bei mir nicht richtig auf Ja jetzt auch noch durch Räume gefahren Scheiß rein ey Ich glaube jetzt hat es mich erwischt Alter, das geht so nicht Wir nehmen auf Ja ey was soll ich machen? Frau am Steuer, ja? Oh komm, das wird aber hier mal nicht, ne? Bei mir war das aus Versehen, bei dir ist es ein Phänomen. Ach so. Jawohl, Wiederfähigkeitspunkte. Ah, jetzt auch noch auf Eis, Alter. Alter Schöner. Jawohl. Ja, jetzt machst du es wieder. Alter, ich... Was war denn die Scheiße? Ich geb die ganze Zeit Vollgas. Ich hasse dieses Kapitel. Ohne Scheiß. Ja, aber auch das schaffen wir noch. Ich hoffe doch, ey. Ey. Ich bin den gleichen Weg wie eben gefahren, den gleichen Weg. Also langsam wird es peinlich. Ist es schon. Wir haben, wenn jemand einen Kommentar schreibt, wir haben mit Sicherheit genug drinne stehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das macht das ja aus, ne? Man muss auch mal verlieren können. Wir lachen ja drüber, das ist das Tolle daran. Aber ich glaub so, wenn wir da 50 Tode drinstehen haben, dann ist das nicht mal lustig. Ne. Okay. So, jetzt kommt hier das Eis-Thing. Ja. Und da bist du ja eben gescheitert. Ich will hier nicht begraben werden! Ich muss weiter rechts fahren. Ja, Scheiße, Alter. Du siehst immer von links und rechts kommen die Wellen. Äh, die... ... die Lawine. Frustrierend. Wir schaffen das noch. Ansonsten cutten wir das einfach. Bis ich da durch bin. So, rechts. Aber erst gleich. Nicht langsamer werden! Jetzt musst du nach rechts. Ja. Ich glaub ich hab ein Problem gesehen. Hier. Jetzt links! Alter, ich seh's, ich seh's, ich seh's und ich bin dran vorbeigefahren. Oh, ich auch. Oh, Mann. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Kontrollpunkt. Ja! Scheiße! Alter, was denn hier los? Alter. Denk daran zu bremsen, Alter. Fuck. Fuck, 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 fuck. Das ist heftig.